Entweder Monhodo und Jan, oder nicht. Ach, Lukas. Liesel, zählst du die Bedeutung Verzeihung. Und jetzt, ihr zählst nicht die Debatten, jetzt over! Nein, Lukas, nein! Zug! Wir alle Kinder, wir alle Kinder, mein Bruder umbrach. Verschwitz vor uns im Hof. Aksa, Klumpen und Schleifzeich! 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 Rather, wir haben keine Vielen Dank.